Ich bin Jude. Ich bin Hindu. Ich bin Muslim. Ich bin Buddhistin. Ich bin Christ. Hallo Leute und hier geht es los. Willkommen zum weiteren Video. Und hier nach 30 Sekunden muss ich schon einschreiten. Ob gläubig oder nicht, Religionen existieren. Es gibt 5 Weltreligionen von über 1000 Religionen weltweit. Was ist eigentlich eine Religion? Eine Religion beantwortet Fragen, auf die es nicht leicht ist, eine Antwort zu finden. Zum Ursprung des Lebens und der Erde zum Beispiel. Oder was nach dem Tod kommt. Heute mal eine Reaktion auf ein Video, das den Anspruch erhebt, eine Dokumentation zu sein und als Bildung daherkommt. Auf Arte Junior. Es ist mit öffentlich-rechtlichen Mitteln produziert und auf einem öffentlich-rechtlichen Kanal ausgestrahlt worden. Daher finde ich es besonders schlimm, was hier gemacht wurde. Man hat wohl lediglich einige Muslime befragt und dann die plumpe Propaganda ungeprüft übernommen. Und ich bin geschockt von der oberflächlichen Darstellung des Islam, wobei die Zielgruppe ja Kinder sind, die später sagen, sie wüssten Bescheid, weil sie es ja als Kind gelernt haben. Und deswegen finde ich das ganz besonders schlimm. Weil neben einigen wenigen richtigen Darstellungen gibt es leider sehr viele Falschinformationen. Mir wird Kindern vorgegaukelt, dass der Islam, der ja eine totalitäre politische Ideologie in der Hauptsache ist, nur eine weitere harmlose Religion sei, so wie das Christentum. Und das, das finde ich saugefährlich. Man muss Kindern doch erklären, dass der Islam zweigeteilt ist, in den übernatürlichen mit Engeln, Teufel, Himmel, Hölle und den weltlichen, den politischen Teil. Kindern muss doch vermittelt werden, dass im Islam Attentätern oder Märtyrern, wie sie genannt werden, im Islam keine Strafe droht, sondern eine Spezialbehandlung, weil sie sich ja für ihren Gott geopfert haben und dabei das Übel eliminiert haben, welches ja Allah und seinen Propheten beleidigt hat. Absurd, ich weiß, aber das muss erst mal erklärt werden, wie die Zusammenhänge sind und nicht in so seichtem Geplapper mit Weichspürdefekten und eklatanten Falschinformationen. Also ich bin wirklich geschockt hier. Ich gehe das mal so ein bisschen durch und zeige so einige Beispiele, wie ich darauf komme und warum das so ist. Eine Religion beantwortet Fragen. Also zunächst mal, eine Religion beantwortet keine Fragen, sondern stellt einfach nur unbelegte und unbelegbare Behauptungen auf. Es ist ja lediglich eine Organisation, die hinter einer bestimmten Gottheit steht. Sie verbreitet den Glauben, dass es außer der Natur noch andere Mächte gibt, unbegreifbare Mächte, die weder entdeckt noch erfasst werden können, also für uns nicht wirklich existent sind. Und daher basiert eine Religion nicht auf Fakten, sondern blindem Glauben und kann daher auch nicht wirklich Fragen beantworten. Aus diesem Grund gehört Buddhismus auch nicht wirklich hierher, da hier ja kein Gott im Mittelpunkt steht und die Menschen selbst sich entwickeln sollen und dabei aufgefordert werden, kritisch zu denken. Also das genaue Gegenteil von abrahamischen Religionen, bei denen es ja nur um die kritiklose Anbetung einer imaginären Gottesfigur geht. Und gerade im Islam werden Muslime aufgefordert, nicht zu fragen, sondern zu gehorchen. Jede Religion hat ihre Bedeutung. Du kannst sie selbst entdecken. Nein, nee, nee, nee. Im Islam geht es nicht ums Entdecken, sondern um Gehorchen, um die bedingungslose Unterwerfung. Muslime sind Menschen, die den Regeln des Islams folgen. Nicht zu verwechseln mit Islamisten. Das sind Extremisten, die aus der muslimischen Religion eine politische Doktrin machen. Okay, hier geht jetzt wirklich die plumpe Propaganda los. Islam ist doch eine politische Ideologie. Der Koran ist eine politische Doktrin. Das kann man nicht trennen. Der Koran enthält zum Beispiel präzise Gesetze zur Erbschaftsverteilung mit verschiedenen Brüchen. Da gibt es Familienrecht, Handelsrecht, Kriegsrecht, Strafrecht, Zivilrecht und eben Menschenrechte. Das sind alles Bestandteile des Islam. Genauso wie der Anspruch, die Welt zu dominieren und alle anderen Religionen auch. Ich verstehe nicht, wie man das trennen will. Um das mal darzustellen, habe ich ja mal ein Beispiel genommen und habe Koran und Grundgesetz in Deutschland nebeneinander gesägt, um zu zeigen, wie konträr und unvereinbar mit dem deutschen Grundgesetz der Islam wirklich ist. Und hier wird durch öffentliche Mittel finanziert, so getan, als ob der Islam völlig harmlos sei und fördert dadurch weiter die Toleranz gegenüber der Intoleranz. Was ich eher schon seltsam finde, ist die offene und klare Diskussion außerhalb Deutschlands und die beschwichtigende Schönrednerei hierzulande. Dieses Weichspülen, wie es in Deutschland praktiziert wird, das habe ich in anderen Ländern nie so beobachten können. Es gibt doch zum Beispiel Länder, die heißen Islamische Republik X, weil der Islam nicht zwischen Moschee und Staat trennt. Der Islam ist der Staat. Und demnach auch eine politische Ideologie. Das kann man nicht trennen. Ich weiß nicht, warum er versucht wird, hier den Islam so alleine rauszustellen, als ob es einfach nur eine harmlose Religion sei, wo es ja nur darum geht, um Beten und in den Himmel kommen. Nein, so ist es nicht. Irgendwie versucht man hier in Deutschland so anscheinend das schlechte Image durch die grausame und unmenschliche Behandlung der Juden vor 100 Jahren bei Muslimen ausbessern zu wollen. Und begeht dabei kulturellen Selbstmord. Ich kann natürlich nicht wissen, warum in dieser deutsch-französischen Kooperation die Franzosen dies auch so sehen sollten. Keine Ahnung, was die da an Motivation haben könnten. Jedenfalls ist diese Weichspülerei und Schönfärberei völlig sinnlos und falsch. Etwas Nettes über den Islam zu sagen ist ja schön und gut, aber es ist doch eigentlich bedeutungslos. Weil die ganzen positiven Sachen rauszustellen, das ist ganz einfach. Aber dazu brauche ich eben keinen Islam. Und das braucht man auch Kindern nicht zu erzählen. Kinder sollten objektiv wissen, was los ist. Weil der Islam kennt keine Rücksichtsnahme. Entweder man ist integriert als Teil der Gruppe oder man ist dagegen. Eine Grauzone gibt es da nicht. Also neutrale Beobachter sind da nicht erwünscht. Die eigene Toleranz bringt uns eher um. Zum Beispiel haben wir eine Menschenrechtsdeklaration der Vereinten Nationen. Nur komischerweise, der Islam ist da nicht dabei. Denn der Islam hat eine eigene Menschenrechtsdeklaration. Die ist aber völlig anders als die der Rest der Welt. Und hier sieht man dann diese Diskrepanz zwischen Islam und dem Rest der Welt. Weil hier diktiert die Scharia und nicht der Mensch das Ausmaß der Menschenrechte. Und die sind extrem eingeschränkt im Islam. Vor allen Dingen für Frauen. Für Apostaten, für Homosexuelle und so weiter und so fort. Und das kann ja jeder nachlesen, der ausreichend interessiert ist. Der nicht nur Duckmäuser spielt und bloß nicht dem Islam kritisch gegenüber tritt. Denn wenn man das tut, ist man ja Nazi oder zumindest Anhänger der AfD. Ich bin beides nicht. Wieder das eine und schon gar nicht das andere. Und wir bekommen ja jeden Tag mit. Wie nach dem Putsch in Afghanistan, die Taliban, die Frauen sofort wieder diskriminiert werden. Und wir sagen dies auch. Wir berichten es. Aber ohne Kritik. Als Tatsache. So wie man über schlechtes Wetter zwar berichtet, aber ohne Stellung zu beziehen. Als wenn dies unabwendbar sei. So fatalistisch. Und fatal. Wie ist der Islam entstanden? Die muslimische Religion, der Islam, ist im siebten Jahrhundert entstanden. Eine Wiege ist die arabische Halbinsel. In etwa das heutige Saudi-Arabien. Mohammed wird Ende des sechsten Jahrhunderts in der Stadt Mekka geboren. Ne, 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 ne. Wir wissen nicht mit Sicherheit wie, wo, wann, wodurch und durch wen der Islam entstanden ist. Es gibt da die verschiedensten Thesen. Entweder man glaubt den Islamstandardgeschichten oder der Forschung. Das erkläre ich ausführlich in meiner Serie Islam Info, wie das alles zusammenhängt. Und hier und jetzt nur der Hinweis. Es gibt keinerlei Belege für die historische Existenz von Mohammed in Mekka. Und so wie das halt in der Sunna beschrieben wird. Der Islam ist wohl eher Anfang des 8. Jahrhunderts entstanden. Viel weiter nördlich und völlig anders, als es uns die Islamstandardgeschichten weismachen wollen. Mohammed heiratet sie. Ne, ja, das sind so kleine Details. Khadija heiratet Mohammed. Nicht umgekehrt. Und laut diesen Standardgeschichten war sie es, die Mohammed geheiratet hat, obwohl er 15 Jahre jünger gewesen sein soll. Erst in Mekka, dann in Medina predigt er die Gesetze des Islams und gewinnt immer mehr Anhänger. Naja, und hier ist jetzt einiges schief, weil hier widerspricht sich der Autor, da plötzlich von den Gesetzen des Islam die Rede ist. Also doch eine politische Ideologie. Das ist nicht, das bin nicht nur ich, der darauf rumhämmert, sondern es ist halt so und da kommen wir ja nicht dran vorbei. Und nur zur Information. Nein, es hat mehrere monotheistische Religionen gegeben. Der Islam ist einfach nur ein Cocktail, der sich aus allen möglichen Töpfen bedient und Geschichten, Rituale, Erklärungen usw. von anderen übernimmt. Der Islam hat sich sehr schnell verbreitet. Drei Jahrhunderte nach Mohammeds Tod ist ein muslimisches Reich entstanden. Vom Nahen Osten über Ägypten, den Maghreb, Spanien und Persien bis zu den Toren Indiens. Nein, der Islam hat sich nicht einfach nur ausgebreitet, sondern Länder, Völker, Gebiete, die wurden gewaltsam erobert. Als Propheten bezeichnet man Personen, die Gottes Wort verkündet haben. Naja, das ist auch wieder ein bisschen schief. Im Islam sind Nabi und Rasul, also Prophet und Bote, etwas anders. Da ein Prophet auch das Leben eines Propheten führt, der Bote aber nur die Botschaft dieses einen Gottes verbreitet, der behauptet anbetungswürdig zu sein. Und der fast 1000 Jahre alte und fast 30 Meter große Riese genannt Adam, war nur im Islam ein Prophet. Ansonsten werden Propheten eigentlich einfach nur aus der Bibel übernommen, obwohl diese ja laut Koran wieder eigentlich korrupt, also verfälscht wurde. Der Moslem, wenn er den Koran verstehen will, muss generell auch die Bibel kämmen, da der Gott des Islam nirgendwo erklärt wird. Und zahlreiche Geschichten entweder direkt aus der Bibel entnommen wurden oder nur durch Kenntnis der Bibel verstanden werden können. Nein, wir glauben an alle Propheten. Ah, das ist natürlich Quatsch. Es gibt weitere sogenannte Propheten, wie Joseph Smith oder Mirza oder Mahmoud. Nur Muslime lehnen diese strikt ab. Drei Jahrhunderte nach Mohammeds Tod ist ein muslimisches Reich entstanden. Hier ist er wieder, der Begriff muslimisches Reich. Eine politische Größe. Wir müssen akzeptieren, dass der Islam eine politische Ideologie ist. So sehr wir uns auch davor drücken wollen. Es geht doch nicht anders. Und obwohl Muslime nicht müde werden, alle Kriege durch Verteidigungsmaßnahmen zu rechtfertigen, die Realität zeichnet eben ein anderes Bild. Muslime dringen im Westen bis nach Frankreich vor und werden erst Mitte des 13. Jahrhunderts wieder aus Spanien zurückgedrängt. Muslime krapern bis nach Irland hoch, weibliche Sklavin für die heimischen Märkte. Ein grausames Beispiel ist hier das irische Dorf Baltimore, welches durch muslimische Piraten zerstört und die Frauen verschleppt worden. Vom 10. bis zum 13. Jahrhundert spielt der Islam eine führende Rolle in der Wirtschaft, der Medizin, Mathematik, Astronomie und der Philosophie. Mit dem Islam entwickelt sich eine der fortschrittlichsten Zivilisationen jener Zeit. Nein, nein, nein. Ganz im Gegenteil. Der Islam ist wissenschaftsfeindlich. Und daher gibt es auch keine einzige bahnbrechende Erfindung oder Entdeckung durch einen Moslem aus dieser Zeit. Von den ca. 1000 Nobelpreisträgern heute gibt es in den Wissenschaften nur einen einzigen Moslem-Empfänger in den USA 1999. Und alle wissenschaftlichen Theorien, die dem Koran widersprechen, wie z.B. die Evolutionstheorie, werden strikt abgelehnt. Der Islam breitet sich zwar noch weiter aus, verliert aber nach und nach an Einfluss. Was ganz witzig ist, dass die Darstellung aller folgenden Landkarten, alle falschen, das Spanien und Portugal, den Islam Mitte des 13. Jahrhunderts wieder zurückgedrängt hatten, hier aber immer noch als Islam-Länder aufgezeigt werden. Die Muslime machen fast ein Viertel aller Gläubigen weltweit aus. Damit ist der Islam die meist praktizierte Religion nach dem Christentum. Naja, die Zahlen der Muslime schwanken erheblich. Nachdem das Internet immer mehr an Einfluss gewinnt und auch die Zensur in den islamorientierten Staaten nicht immer erfolgreich ist, verlassen heute jährlich Millionen den Islam. Aber nicht immer öffentlich. Viele meiner Kollegen in Abu Dhabi z.B. haben nur den Schein gewahrt, haben aber nicht mehr gebetet oder gefastet, da sie die Befehle des Islam durch Koran und Sunna einfach nur idiotisch fanden. Und das geht sehr vielen so. Aber sie müssen so tun als ob. Daher ist es zweifelhaft, ob die Zahl heute überhaupt noch eine Milliarde übersteigt. Aber das darf man uns nichts vormachen, das ist immer noch gewaltig. Und Anlass zur Sorge, da sich viele fundamentalistisch orientierte Muslime in Europa befinden. Und hier versuchen, die Staaten zu destabilisieren. In der Hoffnung, dass dann der Islam Einzug halten kann. Andere Staaten versuchen ja auch die große Anzahl von Muslimen auszunutzen, um z.B. an den Außengrenzen Europas für Auseinandersetzungen zu sorgen. Was leicht zu einem Selbstsünder und damit aber auch zu Selbstmord werden kann. Ein öffentlich-rechtliches Programm sollte solche Zusammenhänge aber darstellen und darüber aufklären und berichten, anstatt alles nur schön zu reden. Es sind doch Kinder, die hier adressiert werden. Die müssen das doch wissen. Die müssen doch Informationen bekommen, die sachlich richtig sind. Der Islam stützt sich auf fünf Pfeiler, die sogenannten fünf Säulen des Islams. Die Pfeiler oder Säulen des Islam sind längst überholt und eigentlich unwirksam. Z.B. funktioniert ja Fasten einfach wegen der Sonnenstände, nur innerhalb vom 50. oder so was Breitengrad. Darüber geht es ja nicht mehr. Das Prinzip des Almosens oder Sakkat ist ja durch den Koran selber widersinnig, da ja angeblich der Gottes-Islam für seine Schöpfung sorgt und es keine Bedürftigen geben sollte. Aber irgendwie klappt das nicht, sodass dann letztendlich Menschen doch für sich selber sorgen müssen. Eine Pilgerfahrt bedeutet auch, dass der Weg zum Zielort beschwerlich ist. Die sogenannte Pilgerfahrt, die so beschwerlich ist, die wird heute im Reisebüro gebucht. Man fliegt bequem nach KSA, ins Königreich Saudi-Arabiens und wird ins Hotel gebracht, wo alles bereit liegt. Die vorgeschriebenen Gänge werden schön klimatisiert absolviert. Die Steinchen, die den Teufel sinnbildlich steinigen sollen, die muss man allerdings noch selber werfen. Aber die Umrundung des schwarzen Steins in der Kabe, in Mecca hängen, das kann man modern und elektrisch bewältigen. Und muss nicht selber siebenmal gegen den Uhrzeigersinn drumherum wetzen. Komothalt. Wenig pilgerhaft. Wenig beschwerlich. Es gibt aber auch Kurioses. Wenig Kindgerechtes. Zu beachten gilt, dass zum Beispiel strenge Strafen verhängt werden, wenn ein männlicher Pilger durch das eventuelle Handanlegen weiblicher Pilger einen Samen ergussert. Dies muss ihm die Opferung eines unschuldigen Kamels wert sein. Bei ein bisschen weniger Flüssigkeit ist es nur ein Schaf, was dafür büßen muss. So streng sind die Regeln im Islam. Und so detailliert. Wir Muslime kennen keine Taufe. Man wird als Muslim geboren. Wenn, ich meine, das muss man sich mal überlegen, wenn jeder Mensch als Muslim geboren würde, dann gäbe es ja heute ca. 90% Apostaten. Weil die nicht an den Islam oder den Gott des Islam glauben. Und dann müssten die ja laut Mohammed getötet werden müssen. Und warum werden die Jungen beschnitten? Die Beschneidung wird in zahlreichen Glaubensgruppen praktiziert. Sowohl männliche als auch weibliche Beschneidung sind grausame Rituale. Nur aus antiken Aberglauben heraus. Das hat nichts mit Hygiene zu tun. Ebenso wie das Schächten. Warum hören Muslime nicht mehr auf und akzeptieren, dass das nicht mehr zeitgemäß ist? Für die Mädchen gibt es nichts entsprechendes. Naja, das ist eine glatte Lüge, dass Mädchen verstümmelt werden, weil es kultureller Usus ist und nicht nach Vorschriften der Scharia angewandt wird. Die Scharia schreibt sehr wohl die Beschneidung von Mädchen vor. Nur ist das selbst Muslimen peinlich, weshalb es einfach geleugnet wird. Kinder sollten es aber wissen. Im Gebet können sie Gott für seine Wohltaten danken oder ihn um etwas bitten. Zum Beispiel um Heilung oder um Glück im Leben. Wie kann man um etwas beten, wenn es doch der Gott, wenn der allwissend und allmächtig ist? Der weiß doch alles schon vorher und hat das doch vorher alles genau so eingestiehlt. Wir und alles um uns herum ist doch angeblich mit Wissen und Können dieses einen Gottes erstellt worden. Wie können wir uns dann erdreisten und uns anmaßen, dass dieser allmächtige und allwissende Gott etwas für uns, den einzelnen Menschen, ändert? Das ist doch bizarr. Aus politischen Gründen ist der Islam heute gespalten. Ach was. Plötzlich ist der Islam dann doch noch politisch. Da die einen sagen, ein Kalif muss von Mohammed abstammen und die anderen sagen, nein, Mohammed kann das bestimmen. Und deshalb schlagen sie sich die Köpfe ein. Bringen einander um, springen Moscheen in die Luft. Ist das, was ein barmherziger Gott so geplant hat, der beste aller Planer, dass da jeden Tag Menschen umgebracht werden? Es gibt doch das Opferfest. Was ist das genau? Das Opferfest, Eid al-Kabir, ist das höchste islamische Fest. Ein Fest, das größte aller Feste. Zur Opferung des eigenen Sohnes? Echt? Ist das bezeichnend oder was? Ein Mensch ist so in seinem blinden Glauben vertieft, dass er sogar bereit ist, den eigenen Sohn zu opfern? Wenn das so ist, dann möchte ich nicht wissen, was für Gräueltaten so ein Mensch so sonst noch fähig ist. Der Koran, den ich in den Händen halte, hat genau den gleichen Inhalt wie der Koran aus dem Jahre 652, 653. Nein, 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 wir haben heute immer noch Dutzende von verschiedenen Koran-Versionen. Auf Alt-Arabisch, ich rede nicht von Übersetzungen. Keiner weiß doch, welcher der richtige ist. Es gibt keinen Ur-Koran. Und ob einer der Versionen, die wir heute haben, überhaupt einer der richtigen ist oder der richtige ist. Es gibt unendlich viele Variationen, Änderungen, Radierungen, Additionen, Modifikationen. Denn nur wollen Muslime das nicht wahrhaben und tun so, als ob das gar nicht der Fall sei. Nur ist halt die Realität immer noch stärker als jeder Glaube. Bei diesen Attentaten geht es nicht nur um religiösen Extremismus. Der Extremismus ist eine radikale Form der Religion. Nein, leider nein. Hier macht man es sich zu einfach. Die Attentäter, die die zwölf Satiriker von Charlie Hebdo in Paris umgebracht haben, das waren einfach Muslime, die der Aufforderung Mohammeds gefolgt sind, der ja auch alle seine Spötter hat umbringen lassen, als er nach Mekka zurückkam. Es war ein rein religiöser, ein grausamer, aber ein religiöser Akt. Und der Islam macht das möglich. Der Islam kann in den Texten ganz einfach zu Terroranschlägen herangezogen werden. Das wird nirgendwo verboten. Und auch das sollte ein Kind wissen. Sie instrumentalisieren die Religion. Das heißt, sie nehmen ihr den eigentlichen Sinn und missbrauchen sie, um Menschen zu töten. Woher will die Dame das wissen? Wer genau hat ihr gesagt, was der Sinn hinter den Sätzen im Koran ist? Wer kann denn mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass die Interpretation X die richtige Interpretation ist? Selbst der Koran gibt zu, dass nur Allah selber den Sinn versteht. Wie kann sich dann ein Mensch anmaßen zu behaupten, diese und nur diese eine Interpretation sei die richtige? Sie kämpfen im Namen einer Religion, im Namen ihres Gottes, als wäre ihr Gott der wahre Gott. Ja, genau so ist es. Der Islam behauptet, den einzig wahren Gott zu haben, der alle anderen besiegen wird und alle Menschen bedroht, bis sich alle diesem Gott unterwerfen. Für alle Menschen ist der Tod, genauso wie die Geburt, ein bewegender Moment. Quatsch! Für den Toten passiert überhaupt nichts. Nur für die Überlebenden. Der Beginn einer anderen Existenz. Diese verstehen wir als geistige Existenz. Der Islam gaukelt Menschen vor, es gäbe eine Wiederauferstehung. Physisch mit einem Körper, der wieder zusammengebaut wird, mit dem Männer bis in alle Ewigkeit mit Jungfrauen Sex haben werden, im Paradies. Das ist eine rituelle Waschung. Sauberkeit ist im Islam von großer Bedeutung. Also die rituelle Waschung hat nicht viel mit Sauberkeit zu tun, da es auch mit dreckiger Erde oder Sand durchgeführt werden kann. Es geht also immer nur um das Ritual, wie fast alles im Islam. Damit man beim Islam bleibt und ständig daran erinnert wird und nicht abschweift. Dass man gar keine Zeit hat, sich um andere Sachen zu kümmern. Männer und Frauen halten sich in der Moschee in getrennten Bereichen auf. Also Frauenfeindlichkeit ist nicht durch Ablenkung zu entschuldigen, in meinen Augen wenigstens. Den Schleier gab es schon vor dem Islam. In den orientalischen Ländern und in der Wüste ist es so heiß, dass man immer eine Kopfbedeckung braucht. Wir sind aber im Europa des 21. Jahrhunderts. Warum also die Kleidung aus dem 7. Jahrhundert Arabiens importieren? Macht das wirklich so viel Sinn? Das Tragen des Schleiers ist aber keine religiöse Vorschrift oder ein Gesetz aus dem Koran. Naja, das ist wenigstens teilweise richtig. Im Koran wird nichts gesagt über Haare bedecken oder Hals von Frauen verstecken, so wie es heute praktiziert wird. Weil Mohammed es befohlen hat. Nicht der Gott des Islam. Halbmond und Stern stammen aus einer Zeit vor etwa 4000 Jahren. Also lange bevor der Islam entstanden ist. Warum wird das hier behauptet? Die Symbole sind, nach meinen Informationen wenigstens, gerade mal 400 Jahre alt. Aber wie fast alles im Islam sind Symbole, Sprache, Geschichten, Götter und alles mögliche. Aus älteren Zivilisationen entnommen worden. Und das stimmt dann schon. Alles zusammen zeigt dies sehr deutlich, dass der Islam nicht ins 21. Jahrhundert und nicht nach Europa passt. Und das wird noch deutlicher, wenn man die Jurisprudenz im Islam, die Scharia, die Islam-Menschenrechtsdeklaration von Kairo, wenn man diese Sachen durchgeht, dann merkt man das doch, dann sieht man das doch. Es passt nicht in die heutige Zeit und nicht nach Europa. Nur wird das in dem Beitrag verschwiegen. Alles Negative wird einfach unter den Teppich gekehrt. Wobei aber gerade Kinder eine sachliche Ausbildung mit objektiven Inhalten verdient haben. Wir bringen Kindern ja auch Kosmologie bei und nicht Astrologie. Es gibt das Lehrfach Chemie und nicht Alchemie. Und genauso sollte auch der Glaube an Götter und Göttinnen als Thema behandelt werden. Bibel und Koran als Literatur. Ich kann jedem nur empfehlen, selber mal zu sehen, was eigentlich im Koran steht, was in der Sunna steht. Und vor allem in den Texten, die sachlich sind und nicht mit literweise Weichspüler verfasst wurden. Und vor allem Kindern muss das eigenständige Denken, das kritische Denken beigebracht werden, damit sie lernen, wie man denkt und nicht, was man denken soll. Danke fürs Zuhören und ich hoffe bis bald. Ciao für now. Vielen Dank.